Hallo Leute, ich bin's wieder, Sensei, oder auch Franco, und ich wollte mich jetzt mit diesem Video einfach mal wieder zurückmelden. Das mit der Team Freaky hat nicht so geklappt und jetzt habe ich wieder Lust und so richtig gute Laune, um Videos zu machen. Es werden in nächster Zeit auf jeden Fall wieder mal Videos kommen, ihr dürft euch freuen. Und so als Projekte habe ich geplant, irgendwie so World of Tanks wird kommen, die letzten zwei Videos. Also, noch vor dem letzten Info waren ja World of Tanks, das war ganz am Anfang von World of Tanks. Aber jetzt, es war schon 1.8.4 und ich habe schon ordentlich was am Panzern und ich bin auch in einem Clan und dann können wir da die Kompanie aufnehmen und das wird was. Also, dazu werde ich mal noch gucken, vielleicht irgendwie Minecraft noch was zu machen. Vielleicht gibt es auch irgendeinen Let's Cry oder Let's Erschreck Dead Space 1. Klar, Dead Space 3 ist draußen, aber wen interessiert das, Dead Space 1 ist der beste Teil, so richtig zum Erschrecken. Ja, was haben wir denn sonst noch da? Steam mal angucken. MW2, genau, MW2 werden wir zusammen spielen. Ich bin nicht gut, aber es macht Spaß. Dann vielleicht mal mit einem Freund Team Fortress. Könnte auch was sein. Portal hätte ich, Portal 2. Ja, es sind noch Sniper Elite, aber das ist scheiße. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal die Kommentare schreibt, ob ihr noch eine Idee hättet, was ich machen kann. Nur so, also, vielleicht kleine Hilfe wieder. Aber ansonsten war es das jetzt mit diesem kleinen Video. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich freue, wieder Videos zu machen, dass ihr wieder meine Videos gucken könnt. Und ja, dann auf einen guten neuen Anfang. Tschüss.